Hallo liebe Zuschauer von Eurosport, herzlich willkommen in Berlin auf der traditionsreichen Abus. Hier wird der siebte und achte Lauf der Deutschen Turnwagenmeisterschaft 1990 stattfinden. Dabei wird auch zum ersten Mal in der Geschichte dieser Meisterschaft ein Fahrer aus der DDR dabei sein. Für uns Anlass zunächst einmal einen Blick hinüber zu werfen über die Grenze auf die Motorsportszene im Osten Deutschlands. Motorsport in der DDR, das ist Sport mit Rabis, Ladas oder Monoposti, die drüben A1600 bei uns einfach Formula Eastern genannt werden. 250.000 Pilgern alljährlich nach Schweiz, wenn es um den Pokal für Frieden und Freundschaft geht. Eine Art Osteuropa-Meisterschaft, deren Helden aus der GSSR, aus Bulgarien, Rumänien, der UdSSR, Ungarn oder Polen kommen und die dort gefeiert werden wie bei uns die Herren Prost, Senna, Berger oder Stuck. Bewundernswert, wie sie aus dem schmächtigen 26 PS Zweitaktern heiße 60 PS Renngeräte gebastelt haben, die sich auf den kaum gesicherten Straßenkursen wahre Positionsschlachten liefern. Einer von ihnen ist Klaus Goelge, der sein Renngerät, einen 1,6 Liter Lader, in dieser Werkstatt am Leben erhält. Der 40-jährige Maschinenbaumeister aus Adlershof im Osten Berlins gehört zu den erfolgreichsten der TTR, war 1987 Tourenwagenmeister und 86 und 89 Vizemeister. Seine Klasse ist die höchste im osteuropäischen Tourenwagengeschäft. Ladas dominieren, aber auch Skodas und ab und an westliches ist im bunt gemischten Starterfeld auszumachen. Um Rennstreckensicherheit, Fangzäune oder Leitplanken macht man sich drüben weniger Gedanken als bei uns. Dafür gibt es Romantik und hautnahen Kontakt zum Geschehen an den traditionsreichen Straßenkursen, die fehlende permanente Rennstrecken ersetzen müssen. Hier haben wir ihn, den schnellen Berliner, der mit seinem Eigenbaulader kräftig in der Spitzengruppe dieses Rennens mitmischt. Und wie bei uns treibt es auch drüben, so mancher des Öfteren zu bunt. Klaus Goelge wird dieses Rennen nicht gewinnen, er hat nämlich etwas ganz anderes vor. Von Ostberlins Prachtstraße fahren Rennautos auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Den roten Lader erkennen sie wieder. Der andere ist einer der schon angesprochenen Formula Eastern, ein selbstgestrickter Monoposto, ebenfalls mit 1,6 Liter Ladermotor. Gebaut und gefahren von Uli Melkus, der in der DDR mit diesem Auto ein König ist. Beide starten von ihr aus nun in eine neue Motorsport-Ära, die mit einem Fußmarsch beginnt, den in diesen Tagen und an dieser Stelle Hunderttausende gemacht haben. Es geht in den Westen, wo auf diese beiden Rennfahrer ein für sie sicher faszinierendes Motorsport-Abenteuer wartet. Als erste DDR-Fahrer starten sie in Profiteams zur Deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Klaus Goelge schon auf der AWUS bei Schübel im Opel Kadett und Uli Melkus ab Wunsdorf bei Schnitzer im BMW M3. Herzlich Willkommen im Westen, meine Herren. Klaus Goelge, mit welchen Erwartungen gehen Sie auf die AWUS? Ja, große Erwartungen kann man beim ersten Rennen, glaube ich, noch nicht stellen. Ich hoffe, dass ich mich qualifizieren kann zum Ende Rennen. Uli Melkus, war es für Sie eine Überraschung, in so einem BMW fahren zu können? Ja, wenn man die Zeitläufe überhaupt sieht, was in dem letzten halben Jahr alles passiert ist, war es eine Überraschung. Und dass ich nach den Probefahrten jetzt auch praktisch genommen werde, das hat mich da nicht ganz so überrascht. Ich bin von dem Auto sehr erfreut. Ich bin erfreut, wie das geht, wie feinfühlig dieses schwere Fahrzeug noch reagiert. Das hat mich sehr gefreut. Ganz schön selbstbewusst, die beiden. Ganz schön selbstbewusst, die beiden. Vielen Dank.